hallo hier ist wieder johannes vom custom happiness team von klicktipp und in diesem video geht es darum wie sie eine automatische tag zuweisung in klicktipp einrichten können ja dazu gibt es zwei methoden die ich ihnen hier gerne vorstellen möchte und zwar geht die erste methode direkt über den tag vergabe dialog und die zweite möglichkeit über eine aktion im marketing cockpit und ich zeige ihnen das mal der reihe nach ich fange an mit dem tag vergabedialog und zwar hier automatisierung übersicht tags und zwar geht es um das tag kunde produkt a das habe ich mir ausgesucht klicke hier mal drauf und hier kann ich nämlich jetzt unter automatische tag zuweisung ein weiteres tag angeben was ich vergeben möchte und das soll jetzt mal das tag kunde sein so und ich klicke auf speichern und gehe noch mal kurz da rein und wann immer jetzt jemand das tag kunde produkt a erhält kommt auch automatisch das tag kunde zugewiesen das ist also die erste möglichkeit sehr sehr einfach sehr simpel und das ganze können sie aber jetzt eben auch über das marketing cockpit realisieren und dazu nehme ich hier die automatische tag zuweisung noch mal raus damit das ergebnis hinterher nicht verfälscht wird wenn ich ihnen zeige dass das genauso gut auch über das marketing cockpit funktioniert das ist noch mal raus klicke auf speichern ja dazu gehe ich jetzt einmal in meine kampagnen hier oben kampagnen übersicht kampagnen und suche die entsprechende kampagnen und zwar automatisch tag vergabe so habe ich sie genannt ja wie sie sehen ist die auch schon sehr sehr übersichtlich das ganze ist also auch im grunde genauso fast genauso simpel ich gehe mal auf die startbedingungen und zwar kontakt hat das tag kunde produkt a also hier bedingung ist dass das tag kunde produkt a vergeben sein muss und das ist auch schon alles in der startbedingung und dann lege ich hier eine tag vergabe aktion an und zwar ist es diese aktion hier wenn sie jetzt anlegen würden hier unten tag vergeben und das habe ich hier eben schon gemacht klicke mal drauf und habe sie genannt tag vergebe tag kunde und auch hier dann ist entsprechendes tag kunde ausgewählt ja danach beende ich die kampagne einfach wieder und habe ich im grunde genommen genau dasselbe erreicht wie eben im tag vergabe dialog und dass das ganze wirklich funktioniert zeige ich ihn jetzt einmal und zwar aktiviere ich die kampagne speichern und trage einmal einen testkontakt ein das ganze durchspiele so dieser kontakt und der bekommt eben jetzt automatisch das tag kunde produkt a zugewiesen wie sie ja eben gesehen haben habe ich diese tag vergabe die zusätzliche tag vergabe im tag dialog wieder rausgenommen somit kann das ganze jetzt wirklich nur über die über das marketing cockpit funktionieren und ich sage kontakt hinzufügen so und jetzt schaue ich einmal direkt in meinen kontakt rein ich gehe einmal auf die historie und wie sie sehen wird diese aktion vergebe tag kunde soeben ausgeführt und wenn ich das gleiche noch mal aktualisiere dann ist es ausgeführt worden und ich schaue mir mal die manuellen text in meinem kontakt an so jetzt ist die kampagne beendet das heißt das tag kunde wurde auch hier vergeben und ich schaue noch mal hier unter allgemein und kann das ganze bestätigen denn hier stand eben nur das tag kunde produkt ab das ist eben durch die kampagne das tag kunde hinzugekommen sie sehen es dauert unter umständen ein paar sekunden länger über das marketing cockpit wenn sie das machen bei der tag vergabe also im tag vergabe dialog geht es also sofort das wäre vielleicht der einzige vorteil ansonsten können sie aber beide methoden gut nutzen und sie kennen jetzt einfach beide methoden und können dann entsprechend auswählen was ihnen lieber ist was besser bei ihnen passt und dann setzen sie das einfach so ja ich hoffe ich konnte ihnen mit diesem kurzen tipp weiterhelfen wünsche ihnen viel erfolg dabei und dann sehen wir uns bald wieder in einem nächsten video bis dahin alles gute und tschüss wenn ihnen dieses video hier geholfen hat dann würde ich mich sehr darüber freuen wenn sie uns dafür einen daumen hoch bei youtube schenken und damit das video eben auch positiv bewerten und ich zeige ihnen mal kurz wie sie das machen klicken sie einfach hier unten unter dem video auf den daumen hoch und damit bewerten sie unser video positiv vielleicht schreiben sie uns auch einen kommentar in youtube auch da zeige ich ihnen mal eben wie sie das machen scrollen sie einfach unter dem video ein stückchen runter und dann sehen sie hier dieses kommentarfeld und dort können sie einfach dann ihren kommentar reinschreiben zum beispiel und dann klicken sie hier einfach auf diesen blauen button kommentieren wenn sie in sachen klicktipp immer up to date bleiben möchten dann empfehle ich ihnen unseren youtube kanal zu abonnieren und der vorteil für sie besteht darin dass sie immer sofort per e mail informiert werden wenn wir ein neues video auf unserem youtube kanal veröffentlicht haben und auch da zeige ich ihnen einmal kurz wie sie das schnell machen können klicken sie unter unserem video einfach hier auf diesen roten abonnieren button und schon haben sie unseren youtube kanal abonniert und werden immer mit den neuesten informationen rund um klicktipp automatisch versorgt wenn sie über das internet kunden gewinnen möchten also mehr über e mail marketing strategien erfahren und lernen wollen wie sie mit automatisierten online marketing prozessen erfolgreich mehr kunden für ihr unternehmen gewinnen und das auch noch hochgradig effektiv und einfach anwendbar dann gebe ich ihnen den tipp besuchen sie einfach unsere kostenlose online schulung denn dort offenbaren wir ihnen was wir in neun jahren online marketing gelernt haben klicken sie dazu jetzt einfach auf www klick-tipp.com slash webinar und melden sie sich zu unserem kostenlosen webinar an www.knoot.com stimmt Untertitelung des ZDF, 2020